So, willkommen Freunde. Wir fangen hier an im Camp. Letztes Mal aufgehört habe. Erstmal, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Irgendwie war es hier so. Camp Copland's Camp. Wir gehen erstmal hier hin. Camp Mechaniker. Bei Camp Mechanikern kannst du auch ein Bike auftanken. Reparieren, anpassen und Motorradhilfe verbessern. Lackierung lassen wir erstmal so. Dach tanken wäre gut. Jo, danke. Optik braucht man erstmal nix machen. Ich bin hier. Verkauft sogar Nummernschilder. Sehr schön. Bis bald. Mach's gut, Manny. Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Und Händler. Camp Händler verkaufen dir Waffen, Munition, Vorräte. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Wie sieht's mit Munition aus? Das hält erstmal. War das alles? Munition ist voll. Das brauchst du unbedingt. Ein Feuerwaffe, Schalldämpfer. Stufe 2 ist leider noch nicht frei. Mal Gesundheit. Hier spielt da Granate. Brauchen wir auch erstmal nicht. Na dann. Sehr schön. Sehr schön. Ciao. Ciao, mach's gut. Kein Job verfügbar, okay. Beweg dich. Die möchte nie mit uns reden. Wem haben wir denn hier? Hallo. Auch schweigsam. Nein, Herräu. Gehten. Wie funktioniert das? Ja. Die möchte das nicht besuchen. Sie können hier auch nicht추hen. Das gibt es nicht. Ich glaube nicht. Ja. Dass du nicht esse? Ja. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. wir sind doch ganz friedlich unterwegs ja bewegt jeder den ich sehe sagt bewegt dich bewegt dich okay und ein schönes das ist ein glückwunschkorb ja, hatte wohl ein Kind Und da kommen wir. Hier können wir nochmal lang laufen. Aber der Typ muss unbedingt seine Kondition verbessern, er kann echt nicht laufen. Bei Campingstühle. Ne, wir laufen ja echt im Kreis. So, wir gucken uns mal die Karte an, was überhaupt Mission und Story. So. Die Story ist Fortschritt. Nein, zurück. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich auch wieder raus aus dem Camp. Weil, repariert haben wir das Ganze, aufgetankt haben wir auch. Wir haben die Drogen abgeliefert. Sind hier irgendwas noch, was wir sammeln oder looten können? Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Komm mir nicht in die Quere. Komm mir nicht in die Quere. Was? Hey. Hey, ich, ähm. Ich werde mich mal umsehen. Oh, der könnte auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen, ne? Na, komplett, ne? Komplett nicht reden? Nö. Hi, grüß dich. Ja, ich dachte, ich schmeiße den Stream nochmal an. So zur Entspannung. Moment, ich mach auf. Dankeschön. Wie. Hier ein bisschen. Wie? 活ier das so! Wie? Habe sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen, dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Ich werde, ich werde Buser, ruhe dich aus, okay? Ich muss los. Dieken Ende. Und das sind keine Türken Buser, das ist Mauerpfeffer drin. Mauerpfeffer, okay, habe ich auch noch nicht gehört. So, wir fahren mal hier lang. Das ist doch so ein schönes Fragezeichen. Gucken, was das bedeutet. Irgendwann ab. Ah, okay, hier gibt es was zu untersuchen. Oder ein Stück Fleisch rauszuschneiden, naja. Das geht auch. Jam, 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 jam. Maximal, schade. Frage, ob es hier noch mehr Spuren gibt. Hier geht es jetzt runter. Erkenntnis habe ich daraus auch nicht gewonnen. Naja. Aber wir haben es untersucht, das ist ja schon mal was. Das war mal eine knappe Fahrtaktion, hier. Die wunderschöne Landschaft. Das ist ein Berg, das heißt, den müssen wir jetzt noch... Ich glaube, wir halten gleich erst mal und reparieren wieder unser Motorrad. Das qualmt nämlich schon so fürchterlich. Wahnsinn, was man mit dem Schraubenschlüssel alles so reparieren kann. Ist doch irgendwie ein Weg um die Berge rumgegeben. Steuerung mit der Tastatur. Ja, hier ist ein Weg. Vielleicht können wir den gleich mal anschlagen. Schlafschütze. Oh. Wie, der bringt mich echt um hier? Das gibt es auch gar nicht. Wo sitzt denn der Bastard, ey? Mal kurz sehen lassen nochmal. Jetzt mal heilen. Na? Wir müssen uns wieder unsere Pflaster bauen. Wo bekomme ich diesen bekloppten Scharfschützen runter? Geh, von da oben kommt der. Ah, okay. Bam. Fertig. Verband und Schrott. Verband und Schrott. Sehr gut. Alter. Mann, 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 ey. Der hat wohl was an der Mütze gehabt. Wollen wir mal noch was untersuchen? Ne. So, der hat mich doch hier runter geschossen, ne? Wo ist mein Motorrad denn geflogen? Oh, hat sich das in Luft aufgelöst? Nicht bescheuert. Also, ich bin hier lang gefahren. Dann gab es auf einmal den Schuss. Da hinten ist mein Bike. Ist so weit geflogen, ey? Mann, Mann, Mann. So, jetzt steht es vernünftig. Jetzt können wir es nochmal reparieren. Alter, 6% nur noch. Richtig. Der Sprit sind wir bei 42%. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Okay, wir riskieren es mal durch den Tunnel. Ich lasse mich ja mehr rollen, als dass ich hier das gebe. Was mir auch lieber. So, dass ich hier irgendwo gegenfahre. So, hier sind wir ganz oft schon gewesen. Steht ja eigentlich auch, dass wir hier tanken können. Aber hier waren wir auch schon so oft. Petri. Hier sind wir bestimmt schon 2-3 mal durchgefahren. Oha. Hörer ein Wolf. So. Und was mache ich? Hackengas. Schnell weg. Keine Lust, der mit dem Wolf tanzt. Ja, stimmt ja. Jetzt musst du die letzten Nester verbrennen. Genau. So, hier werden wir jetzt mal ein bisschen intensiver gucken. Ich habe ja gesagt, dass wir zurückkommen. Wir haben da noch ein paar Nester, die offen sind. So ein paar Wurfobjekte. Ah, es fehlen noch Materialien. Okay. Gucken wir mal. Und gereicht. Ah ne, Kerosin. Na, wie immer. Immer liegt es am Kerosin. Das braucht man immer. Noch eins. Ja, Zeit für ein Lagerfeuer. Schön, erste Hilfeset. Ja. Okay, das Motorrad lassen wir mal hier stehen. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo noch Kerosin finden. Oh, hier geht es noch nach oben. Hier ist auch das nächste Nest. Das ist schön. So, und das kann man natürlich nur anzünden, wenn man Kerosin hat. Stuhlbein. Vielleicht zieh mal die Waffe und lad mal nach. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. Jetzt hätte ich mal beim Händler Kerosin gekauft. Ich bin blöd, Mann. So, hier ist ein Nest. Nummer eins. Von da bin ich hochgekommen. Wohl, warte mal. Scheint das Treppenhaus innen drin zu sein. Wir müssen erst Kerosin besorgen. Wir haben schon mal das erste Nest entdeckt. Das ist schon mal gut. Also gleich hier vorne. Ich glaube, das wird nix. Wenn wir nur reinfallen, dann können wir auch gleich hier lang laufen. Da geht es aufs Dach von der Tankstelle. Ich versuche nachher auch mal die Zapfsäulen zu benutzen. Können wir da denn auch tanken? Ich führe hier mal irgendeine Mücke. Was soll das denn? Ja, hier ist leider nichts zu finden an Ressourcen. Das ist schade. Einfach runter. Gibt mir doch bitte ein bisschen Kerosin. Ah, Kerosin. Keine Rosinen, sondern Kerosin. Können wir nur einen herstellen. Was ist denn die nächste? Sehr gut. Gucken wir gleich mal, dass wir den nächsten herstellen. Ja. Und wieder Kerosin. Also man braucht für einen Molli braucht man auf jeden Fall ein Kisten, äh, ein Kanister Kerosin. Ich habe extrem. Naja, viel hilft viel. Viel. Auf jeden Fall. Hier nochmal was. No. Dann können wir theoretisch dann gleich zurück. Hier können wir uns im Container verstecken. Oh, wieder keine Kondition der Typ. Doch, oder? Die Ausdauer ist verbraucht. Noch mehr Kerosin. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Das brauchten wir. Können wir uns den dritten Molli herstellen. Danke. So. Hier auf der Hauptstraße. Gehen gleich rüber zum nächsten Haus. Genau. Gehen, weil seine Kondition wieder verbraucht. Da oben wird es wahrscheinlich dann auch noch das nächste geben. Nächste Nest. So. Dann drücken wir mal unsere magische vier. Wenn wir hier in der Ecke stehen. Ja. Der Knochen kommt zum Hund. Dankeschön. Dauer. So, geheilt haben wir uns. Gucken wir mal, ob wir da noch was einsammeln können, wenn es ausgerottet ist. Boah, das war mal ein kleines Nest hier. Das war ja quasi ein Nestchen. Jeder, der geboren wurde da, ist ja ein Nesthäkchen. Moin, moin. Ja, ich habe nur so weit, wie ich es gestern noch gespielt habe. Äh, jetzt bin ich gerade dabei, die Nester hier irgendwie auszurotten. Zack. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal hier, ob wir hier noch weitere Nester finden. Auf jeden Fall bestimmt eine Menge Ressourcen zum Einsammeln. Sag mal, Reggie, die Maske, die du da im Stream trägst, ist das eine Cyber-Maske? Die Cyber-Goss tragen sowas da auch immer. Achso, okay. Wer hätte ja sein können. So, was finden wir denn hier Schönes? Shit, geht gleich auf. So. Ah, okay. Ich hatte damals auch mal überlegt, mit so einer Zorro-Maske oder so zu streamen. Bin dann davon abgekommen, aber... So als Alleinstellungsmerkmal ist das gar nicht so verkehrt. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ach, da ist es. Das alte Stinkernest, ey. Uah. Oh. Ich sollte doch mal die Waffe wechseln, wenn man keine Munition mehr hat. Ja, sehr schön. So, wenn ich das so richtig gesehen habe, was ist das denn hier mit den Nestern? Zack. Ja, stimmt. Headshots wäre auf jeden Fall besser. Ich versuche es auch immer wieder, aber das... Naja. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Aber... Ich trainiere noch. Da gibt es doch... Ja, ich glaube, wir nehmen mal lieber die Axt, anstelle dieses Stuhlbein. Sieht doch viel besser aus, sonst ist es bestimmt auch effektiver. Zack. Ja, so einen kleinen Fall Schaden muss er ja mal haben, ne? Hier noch was rum? Ne. Okay, dann können wir noch... Hier drüben reingucken. Irgendwas versteckt ist, was wir noch einsammeln können. Bis hier rosten sind ja ein bisschen knapp in der Game. Ja, das glaube ich. Ja, vor den Horden habe ich auch schon Schiss. Das kann echt grausam werden. Die Stürme steht, die hier rein ist. Ah, toll. Und ich dachte eben, ich hätte alle... Ne, da steht ja auch vier von fünf. Das eine Nest muss ich jetzt hier noch anzünden. So, jetzt noch wieder fünf von fünf. Na toll, jetzt kommt der Erfolg. So, dass die Anzeige uns auch später einblenden können. Na, gefällt dir das? Sehr gut. Prima, Ballerina. Wenn das gleich ausgebrannt ist. Wir gucken, ob wir da noch was drin finden. Okay, das war's dann. Dann haben wir die Gegend auch gesäubert. Ist auch unser Motorrad. Und dann versuchen wir da gleich auch mal zu tanken, ob das funktioniert. Okay. Eine Sägemühle, okay. Ich weiß, wenn ich irgendwo eine Sägemühle sehe, dann weiß ich... Na, aufpassen. Gucken wir mal. Dann ziehen wir nicht schlecht. Nimmt allerdings. Sehr gut. Sehr gut. Gutes Timing. Geil, wie viele Tankstellen da angezeigt werden. Ach, da hinten steht sogar auch noch ein Kanister rum. So, dann fahren wir mal geradeaus. Ja, das ist nicht nett, ne? Wenn man das vorher nicht wusste oder nicht erkennte und man rennt da rein, dann wird das echt spaßig. Lieber ein bisschen vorsichtiger fahren mit der alten Karre hier. Ja, einfach dran vorbei. Sehr gut. Können uns nicht um alle kümmern. Alter, wie nervig diese scheiß Zombies sind. Ich wusste da auch unbedingt gegenfahren. Das ist der einzige Baum in der Umgebung und ich fahr dran vorbei. Oha. Alter, denn das hier... Wege, ey. Mann, 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 Mann. Mensch, verpisst euch. Ich will nichts an euch. Holt euch ein Kaninchen oder sammelt Blaubeeren oder was weiß ich. Und lasst mich zufrieden. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Draußen wird ihr besser dran gewesen. Nero könnte euch vor gar nichts beschützen. Scheiße. Oh. Oh. Oh, wir sind da. So, komm her, Zombie. Da war mir nichts. Daneben. Okay. Achso, ich dachte schon, zum Benzin gibt es auch noch Öl. Gucken wir mal, was hier noch so schön ist hin. Ist irgendwie nichts. Jawohl. Der nächste, bitte. Hallo, ich will da noch ein paar Ressourcen haben. Naja, lass die da mal rumlaufen. Wir rennen mal zum Ziel. Ja, doch nicht. Ja, hast du gesehen. Reflexe wie Klitschko. Nicht hier, verstanden? Ihr könnt flächen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Dieses Camp. Mir. Das ist meins. Genau. Verstanden? Ja, so ist gut. Was war's für euch? Boah, der hat mir fast gestolpert. Oh, was zum Einsammeln. Gibt es ja nichts drin hier? Keine Ressource oder so? Wie viele von euch scheiß Kerlen sind denn hier? So geht's auch. Los, zeigt euch. Sehr gut, wir bauen uns jetzt mal ein paar Mollis zusammen. Achso, ah, Kerosin fehlt wieder. Das ist hier mit aus, medizinisch. Ne. Boah, hier liegt aber wenig rum zum Einsammeln. Das ärgert mich ein bisschen. Ich loote so gerne. Jetzt die Frage, wie ich da hochkomme. 40 Meter, das Auto ist da in der Nähe. Ah, cool. Nur noch Kerosin. Jetzt können wir uns ein Molli bauen. Sehr schön. An Autos haben wir doch immer geschoben. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich anders rumlaufen. Hier noch irgendwas? Schenkt mir eure Waren. Und ich trage euch nach dem Tod auf den Baren. So, da oben geht der Zaun lang. Das Tür geht nicht auf. Ah, alles klar. Das sieht doch gut aus. Ja, noch 6, ne? 6 von 9. Da sind 2, nehmen wir uns erstmal in einen hier. Ja, ja, mal schön ausweichen. So, sehr gut. Die anderen, die sind doch hier auch noch rumgelaufen. Zeigt euch, ihr Feiglinge. Und das alles ohne Waffe. Ja, okay. Weil haben wir. Okay, er hat gerade seinen Asthma-Anfall gehabt. Das war's für dich. Und 2 Stück noch. Können wir den hier eigentlich wegschieben? Ja, ne? Habe ich mir doch gedacht. Ja, ganz gut. Dann können wir mit dem Motorrad da nämlich nach oben. Oder fällt das Motorrad drüber, ein ganzes. Weil da oben gibt's nicht überhaupt Benzin gleich. Aber wir kümmern uns erst mal um die Idioten hier. Bäume. Bäume. Baumstümpfe. Oh. So ein Lässt, ne? Das ist ja noch einer. Zwar mit dem Messer, aber okay. Jawoll. So geht's auch. Hm. Ah, hier ist er. Mal sehen. Ja, der ist er, ja. Grappstein. Scheiße. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Hey, Süße. Ja, ich... Ich hab's ihr erledigt. Wir machen dir keinen Ärger mehr. Hey, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hätte nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren wird. Gut, verstehst du das nicht? Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Was ist meine Schuld? Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du noch. Deacon, warte! Sarah, komm schon! Da ist dein Kind! Warte! Hey, hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm, komm! Sie hat ein Messer! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ah, wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße, okay. Halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Willst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Ich bin fast da. Okay. Vor zwei Stunden war hier alles voller Wohl. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, 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 sie sind wohl geflohen. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie reifisch, oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses... Dieses Mädchen, dieses... Verdammte kleine... ...und große Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Na, los. Scheiße. Noch einmal. Du musst weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Ein von diesen Helix anwinken. Okay. Okay, da hat sich ja einiges jetzt geklärt. Ausruhen. Hey. Langsam, langsam. Ah. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du. Wir haben immer zusammen vor Stecken gespielt. Sie hat immer... Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Alter Schwede. Wir haben sie geteiltet. Wir haben sie geteiltet. Ganz ruhig, ich warte langsam. Alle am durchdrehen. Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuch mich vorbeizuschleichen. Nichts passiert, nichts passiert. Geh, geh. Ich pack das, geh. Der Boost musste schon immer viel aushalten. Entweder sein Arm verbrannt oder das Bein angeritzt. Hey, 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 ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Hören Sie zu, hören Sie zu. Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach. Verschein'n Sie. Wir haben sie getötet. Wir haben nur eine Frau getötet. Oh, nein, nein, nein. Moment, ich überweiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber wir haben nichts getan. Wir haben nichts getan. Hören Sie. Jetzt gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Ob das nötig gewesen wäre. Oh, fuck. 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 Scheiße. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, was ist? Na los. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also, sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichfahrt. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, oh Brian. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazarett-Einheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Brian. Okay. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, noch für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey. Ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen zu diesem... Wir müssen zu diesem Heli. Ich habe es gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Nee. Nie mit dir. Ich komme schon klar. Dass sie jetzt das ganze Intro vom Anfang wiederholen, finde ich ein bisschen komisch. Also... ...hätte man auch eine andere Rückblende machen können. Ja, haben wir halt. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp. Nörglich vom Three-Finger-Jack. Nein. Busa wird es niemals ohne mich schaffen. Nein. 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 Ich will den zurück. Kommst du? Nein. Deak! Deak! Oh, scheiße. Was hast du getan? Du, äh... hast deine Ruhe, okay? Ich, äh... Ich, äh... Ich komm wieder her und... Ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber... Busa hat wohl recht. Ich... Ich... Ich kann nicht anders. Ich, äh... Ich, äh... Wie gesagt, ich komme wieder. So, was hast du getan? Hot Springs. Ich erinnere mich. Ich, äh... Ich, äh... Mal gucken. Hier vorne war doch gleich irgendwo Benzin, ne? Da war das hier hinten. Da hinten war das. Da hinten war das. So. Es gibt doch nichts... Wenn man... An Benzin findet. Ne. Irgendwie... Egal. Komm, tanken. Gut. So, den Kanister legen wir mal hier ab. So nicht. Kann man natürlich auch machen. Hey, leg den Kanister ab. So, jetzt haben wir es. Hier lang gehen, ne? Sag mal, ich steig hier mal ab. Mal gucken. Wer da runter kommen. Auf jeden Fall müssen wir... Mal da anders drunter. So, auf jeden Fall nicht. Wäre auf jeden Fall schief gegangen. Und wir fahren jetzt hier lang. Ah, shit. Wenn ich doch da runter fahren können. So, ich glaube, Motorrad nochmal reparieren. Das wäre ganz sinnvoll. Schreibt schon. Warum präpariert er das jetzt nicht? Steht das irgendwie zu nah am Container? Oder am Behälter? Ja, oder? Zu eng hier alles. Bescheid, man sich hier verfahren kann, ne? So, jetzt guck mal nach deinem Motorrad. Sind wir auf jeden Fall sicher. Ach so, das kann natürlich sein, dass uns das Schrott fehlt. Dass es deswegen nicht reparieren kann. Hm. 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 wollen wir alle drei nester gerne was sind so viele wo wir dürfen jetzt hier lang besser gesagt wir müssen reparieren und keine chance wir können ich mal reparieren scheißwölfe haben die mich erschrocken man hat der welt aber eine menge aus der zombie die kommen wir alle an da versuche ich mal einen schritt geschwindigkeit irgendwie von ihm weg zu kommen immer noch besser als mich mit denen allen anzulegen so komm wir keine ressourcen haben sag ich mal der müssen halt zu fuß da lang zu machen ja ich noch munition ne komplett munitionslos ist noch mit materialien unser motorrad später holen sie nämlich nicht so aus als wenn wir die alle packen würden da denn schön ist jetzt schon wieder keine energie hier also laufen keine kondition hier finden wir aber auch was lappen maximal so schrott brauchen wir eigentlich um das motorrad auch zu reparieren klo ist ja nett aber ich würde es geiler finden maximal ich würde es geiler finden wenn wir jetzt mal ein bisschen munition finden würden kann aber munition auch nicht herstellen und schalte verkommen anbringen auch schön wir machen erst mal ohne motorrad weiter hier gibt es noch einen lappen so eine bierflasche schachtel mit nägeln haben wir gefunden ja ganz toll ich meine maus unserer hässlichen tasse liegt da nicht hier schönes rum ein helm oh ein motorrad ja das wird das beachtet da noch nicht mehr das sieht wahrscheinlich zu scheiß aus gut dass wir uns hier nicht um trinken und essen bemühen müssen mal ein fragezeichen können wir auch nochmal hingehen ach du scheiße ah da sind leute das ist gut ich hoffe sie sind mir nicht feindlich gesinnt ist das alles? was heißt hier ab jetzt muss halt ein messer zu hauen das einfache kiste ja kommt mehr ihr zombies zwar nur messer aber es muss für euch reichen mal schön abrollen ist man nicht zu packen ja der nächste bitte doch hält man messer ins auge das war es war keine brille ein bisschen beobachten was wir hier haben abgesägte schrotflinte die schrotflinte schon ganz geil eine menge mitmachen zwar öfter nachladen aber soll uns nicht stören aber wenig ressourcen hier wieder ich habe gedacht dass ich hier noch mal ein bisschen mehr looten kann auch wenn er hier eine schrotflinte hatte er dann keine munition oder irgendwas geht der wohnwagen auf so dann gucken wir mal dass man weg finden wenn wir laufen können da war massaker stattgefunden wenn wir hier runter fallen sind wir tot auch klar hoffe ich hier rauf können wenn er sich manchmal so hinkniet irgendwie verstehe ich nicht so wir können aber vielleicht noch ein paar autos knacken laufen wie viel ab mich hier schon den leveln gefunden habe game ist nichts guck mal vorne mal sehr gut hier finden wir schrott schrott brauchen wir glaube der entliegt munition ne sind das stellen wir mal her von den worf objekten ich glaube mehr gibt es hier auch gar nicht hier müssen wir eigentlich beschadenlos runter kommen ja sieht doch gut aus und irgendwann kehren wir wieder zu unserem motorrad zurück und werden das reparieren 300 meter hinterher knacken wir erst mal das auto da gibt es nicht zu knacken hier ist radio free orion die wahrheit wird euch befreien heute habe ich überlegt wo alles anfühlt es geht weit zurück bis in den großen wk2 das ist nicht mehr die wahrheit ans licht die wahrheit ist ich hab's kommen sehen vor jahren gab es fotos hier sollten wir auf jeden fall auch mal reingucken hier sollten wir auf jeden fall auch mal reingucken aber nicht so wie du dachte scheiße hier war ja was los die armen schweine hatten hoffentlich was wertvolles dabei diese kinder zombies sie hasse ich einerseits dass ich auf die drauf schlagen muss und andererseits auch zum kotzen sie so flink sind das scheppert aber da wird sich so an als wenn einer sprengt irgendwas sprengt oder so hier waren wir doch vorhin auch schon mal hey ist er eingeschlafen oder was soll das bedeuten was zum teufel verdammt du warst wieder da oben oder obwohl du das nicht solltest kannst du einfach mal damit aufhören ich jage doch nur freaks booser verstanden wegen dem kopf geld deshalb treibe ich mich da oben rum so haben wir jetzt wieder ein motorrad auch scheiße jäger verdammt verdammt ja 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 das war knapp auf dem weg zum helikopter ja 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 wir fahren mal runter kleine abkürzung ja kleiner story wechsel irgendwie warum auch immer zumal ich ja mein motorrad doch gar nicht mehr hatte vielleicht räumt er davon auch nur warte 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 die werden langsamer ich glaub die halten an was schon wieder ein Nero Mit denen hatten wir doch vorhin schon zu tun Jesus ja P pero oh ja Diek! Diek! Was ist da los? Verdammter Mist. Was ist los? Alles okay? Nein, nein, nein. Alles gut. Wirklich. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse sonst. Wäre ich ja schon tot. Diek, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, ja, ja. Ich schaff das schon. Dicken Ende. Die Betäubung wirkt nicht. Oh, doch, tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst im Kopf gerissen. Doch, doch, beeil dich. Scheiße, du weißt nicht, verdammt. Sie kommen. Also, es kommt noch mehr entstanden. Was, was, du denn? Was, was, wir hauen ab. Shit, los geht's. Los. Kassion abbrechen, abbrechen. Los, los, los. Nein, nein, nein. Dann bloß jetzt. Los. Scheiße, ist das eine Horde. Was, was hat denn die Männer da liegen lassen? 31 Meter. Da so unten sind ein paar. Oh. 15 insgesamt gewesen ja der ist auch platt gibt das wieder her das ist meins wenn wir die platte und dann ist aber jetzt aber ruhe schön untersuchen munition wahnsinn wenn man da muss mich gleich mal heilen die müsste erst hilfe drin seine sehr gut dann würde ich doch sagen erstellen auf jeden fall maximale kapazität jetzt hier aus da ist eine höhle gehen wir zu unserem motorrad was wir eigentlich gar nicht mehr haben vielleicht soll das so im spiel sein dass man halt immer wieder mal motorrad gibt er scheint so defekt zu sein dass es nicht mehr fährt also reparieren lässt sich auf jeden fall nicht mehr das könnte man ja unten in die höhle mal rein entdeckt habe immer hier liegt auch noch was wüsten desselborn So ein Nest, oder nicht? So merkwürdig Ach, die rennt da weg Ach, endlich, die Scheißkirle sind verdammt schnell Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt Was? Hüten? Wie meinst du das? Also die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas Wie diese Typen in den Tierdokus früher, ziemlich abgefuckt Schwärme haben sie vertrieben Die haben sich verpisst Die haben was dagelassen, ein Funkgerät Warte, du glaubst doch nicht etwa Sarah? Nein, nein Ich weiß es doch nicht Okay, er lebt, Busa, er ist am Leben O'Brien